Welche KI macht eigentlich den besten Text? Und genau darum soll es heute gehen im Teil 2. Im ersten Test, den ich gemacht habe, habe ich ShadGPT 4.0 gegen Claude AI 3.5 Sonnet gegen Google Gemini Advanced getestet. Und dieser Test war unglaublich. Ich verlinke ihn dir nochmal hier, aber in Kurzform Claude AI hat gewonnen. Und dann kam ShadGPT 01. Jetzt könnte man natürlich sagen, Moment mal, das ist doch eine KI, die eigentlich dafür da ist, um logische, hochkomplexe Dinge zu lösen. Wir wissen mittlerweile schon, dass sie auf Doktorandenniveau mathematische Sachen kann, chemische Gleichungen bearbeiten kann, Codezeilen interpretieren kann. Aber heute werden wir sie benutzen, um Sales Copy zu schreiben. Und schauen doch mal, kann denn dieses neue AI-Modul Claude AI schlagen? Oder nicht? Wir werden es sehen. Beginnen wir mit dem Fight. Ausnahmsweise darf natürlich heute der Gewinner der letzten Runde starten. Das heißt, wir beginnen jetzt mit Claude AI 3.5 Sonnet. Der Prompt ist natürlich jetzt hier wieder sehr komplex. Das heißt, wir haben einmal diesen Eingang. Du bist ein Copywriter, spezialisiert auf die Erstellung maximalkonvertierender Sales Pages. Und wir haben jetzt hier einen Kontext. Er soll also für unser aktuelles Angebot eine Sales Page schreiben. Das heißt, ich habe ihm hier das Angebot reingepackt. Wir maximieren deinen Return on Invest ohne zusätzlichen Aufwand. Unser Lead-Alchemisten-System verwandelt deine ungenutzten Leads in eine Verkaufsmaschine. Und du erzielst mindestens 20 Prozent mehr Umsatz. Alles done for you. Du musst nichts tun. So, wir haben jetzt hier die Aufgabe. Schreibe einen Text für eine Sales Page. Ich habe den Aufbau hier mit reingepackt mit Headline, Subline, Problemdefinition, Agitation, Solution vorstellen, Vorteile, sozialer Beweis, Angebote, Pakete, Call to Action, FAQ, Abschlussgarantien, zweiter Call to Action. Wohlgemerkt sind hier natürlich ein paar Dinge drin, die ich nicht vorgebe. Ich will wieder einmal testen, wie erfinden denn die AIs dann den restlichen Zusammenhang? Das heißt, ich habe zum Beispiel hier die FAQs nicht genannt oder auch beispielsweise die Angebote und Pakete gar nicht definiert. So, Stil habe ich definiert. Wir sprechen den Leser per Du an. Aktive Sprache, Anweisung, soll sofort loslegen. Und genau mit diesem Prompt arbeiten wir jetzt einmal. Und wir drücken die heilige Taste. Enter. So, dann schauen wir doch mal, was Claude AI da draus macht. Das heißt, fängt jetzt an zu arbeiten und wir nehmen parallel den gleichen Text, natürlich den identischen Prompt und packen den dann einmal in das neue Modell rein. Und dann ziehen wir wieder beide Texte einmal zusammen. Ich nehme jetzt hier den gleichen Prompt. Und wir gehen einmal zu ChatGPT 01 Preview. Und hier packe ich dann einmal diesen exakt identischen Prompt rein. Und hier gibt es übrigens schon einen Unterschied, den du jetzt bei ChatGPT bei der neuen Version sehen kannst. Du kannst jetzt der KI beim Überlegen zuschauen. Eigentlich ganz nett. Das heißt, du kannst das hier aufklappen und du siehst, ich beschäftige mich intensiv mit dem User Prompt, um zu verstehen, was angefordert wird. Dann bewerte ich die vorgeschlagenen Antworten, ob die der OpenAI-Richtlinie entsprechen. Verwandlung von Leads, Nachverfolgung, Anzeigenstruktur. Das heißt, du siehst, was jetzt die KI im Hintergrund bedenkt, überlegt, welche Themen da anstehen. Und dann beginnt es hier mit dem eigentlichen Text. So, jetzt haben beide KIs den Text ausgespuckt. Und wie beim letzten Mal überführe ich das Ganze mal in ein Google-Dokument, um es ein bisschen übersichtlicher zu machen. Da sind wir schon und wollen doch jetzt einmal wissen, welche Version gewinnt denn dieses Mal. Wir schauen mal zuerst in die Version von Claude Sonnet 3.5. Und was jetzt hier klar ist, ich habe der KI natürlich gesagt, sie soll nichts formatieren. Das heißt, man muss sich jetzt so vorstellen, das ist natürlich die große Headline, das ist die Subline, das ist der Überleitungssatz und so weiter. Also man muss diese Formatierung sich jetzt einfach mal denken, wie das so sein würde. Verschwendest du dein Werbebudget an eiskalte Leads, Schluss damit. Steigere deinen Umsatz um 20% ohne zusätzliche Kosten oder Aufwand. Unser Lead-Alchemisten-System verwandelt jeden Kontakt in Gold. Du kennst das, tausende Euro, da haben wir wieder den, du kennst das. Du verwandelst tausende Euro in Werbung investiert, aber nur ein Bruchteil der Leads wird zu Kunden stundenlang am Telefon, um jeden Einzelnen zu überzeugen. Und am Ende des Monats, die Zahlen stimmen einfach nicht. Frustrierend, oder? Dein Potenzial verpufft, während die Konkurrenten am besten, während dir die Konkurrenz die besten Kunden wegschnappt. Jeder verlorene Lead ist bares Geld. Dass dir durch die Finger rennt. Ach, schönes Bild. Wie lange willst du noch das mit ansehen? Aber stell dir vor, die Leads verwandeln, zaubernd entzahlende Kunden, dein Telefon klingelt ständig mit Anfragen. Dein Umsatz schießt durch die Decke und all das, während du dich um dein Kerngeschäft kümmerst. Ich finde, das, was Cloud AI hier extrem schön macht, ist die Transformation unserer Kunden. Also dieses, wo geht die Reise hin, auf was passiert eigentlich? Also dieses, stell dir vor, das entzahlende Kunden, dein Telefon klingelt ständig mit Anfragen. Es wird natürlich sehr bildlich gesprochen. Dein Umsatz schießt durch die Decke und all das, während du dich um dein Kerngeschäft kümmerst. Das heißt, Cloud hat hier den Content extrem gut verstanden und hat auch das Ganze sehr, sehr bildlich beschrieben. Einfach schön. Klingt so schön im wahr zu sein, nicht mit unserem Lied. Wir nehmen ungenutzte Leads und verwandeln sie in eine unaufhaltsame Verkaufsmaschine. Hier haben wir tatsächlich einen didaktischen Fehler, weil wir nehmen deine ungenutzten Leads und wir verwandeln sie, die ungenutzten Leads, in eine unaufhaltsame Verkaufsmaschine. Das stimmt ja nicht. Also das, was wir installieren, ist die Verkaufsmaschine. Hier haben wir einen didaktischen Fehler. Mit der Macht der Automatisierung, automatisierten Nachverfolgung, smarte E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, KI-gesteuerte Telefonanrufe. Jawohl, das Beste daran, du musst keinen Finger rühren. Wir kümmern uns um alles, die Vorteil liegen auf Land. Mindestens 20 Prozent Umsatzsteiger, garantiert. Kein zusätzliches Verbiage, maximale Effizienz, mehr Zeit. Aber hören nicht auf uns, sondern was unsere Kunden sagen. Hier wird eine Referenz erfunden, finde ich sehr schön. Habe ich ja auch gesagt, also es ist ein bisschen frei zum Interpretieren. Endlich kam meine Kunden, Michael T., Unternehmensberater. Bereit, dein Lead Alchemie zu starten, wähle dein Paket. Jetzt bin ich ja gespannt. Starter-Transformation, perfekt für Unternehmen mit 100 bis 500 Leads im Monat. Wachstumsboost, ideal für 500 bis 2000 Leads im Monat. Umsatzexplosion, maßgeschneidert für über 2000 Leads im Monat. Nett. Klicke auf meine Lead Alchemie starten und erhalte eine persönliche Strategiesession komplett kostenfrei. Herrlich. So, FAQ-Bereich. Wie schnell sehe ich die Ergebnisse? Die meisten unserer Kunden signifikante Verbesserungen innerhalb der ersten 30 Tagen. Stimmt sogar. Muss meine bestehenden Systeme ändern? Nein, wir integrieren uns nahtlos in deine bestehende Infrastruktur. Okay, aber gute Frage. Was, wenn es nicht funktioniert? Wir garantieren eine Umsatzsteigerung. Wenn nicht, arbeiten wir kostenfrei weiter, bis wir dieses Ziel erreichen. Geile Interpretation. Unsere Erfolgsteilung, wir sind erst zufrieden, wenn du es bist. Kein Risiko, keine langfristigen Verträge, nur messbare Ergebnisse. Worauf wartest du noch? Klicke auf Ja, ich will meine Leads in Gold verwandeln. Okay, das heißt, wir haben eine echt geile Copy. Muss ich einfach mal wieder so sagen. Also wirklich richtig gut. Es gibt einen didaktischen Fehler, der mir hier aufgefallen ist, ist die Verkaufsmaschine. Ansonsten sind wirklich sehr, sehr viele Dinge richtig gemacht. Wir haben die Verben am Satzanfang. Wir haben kurze Sätze. Wir haben vergleichsweise wenig Kommata, also wenig Schachtelsätze. Das war ja bei Gemini Advanced ganz schlimme Kiste. Das heißt, wir haben hier eine kurze, klare Aussage. Wir haben sehr visuelle Adjektive mit drin. Wir haben keine Substantivierung mit drin oder kaum Substantivierung mit drin. Der ist schon richtig gut. Also ich würde diesem Text jetzt mal wieder eine... Ich bin mal bei einer 9 von 10 möglichen. Richtig geil. Dann schauen wir jetzt mal auf ChatGPT 01 Preview. Steigere deinen Umsatz um 20% ohne zusätzlichen Aufwand. Du investierst bereits erhebliche Summen in Werbung, doch viele deiner Leads bleiben ungenutzt. Stell dir vor, du könntest diese ungenutzten Kontakte in zahlreiche Kunden, in zahlende Kunden verwandeln. Es ist frustrierend übrigens hier auch wieder, das stell dir vor. Same, same. Es ist frustrierend, wenn potenzielle Kunden nach dem ersten Kontakt abspringt. Jeder verlorene Lead ist eine verpasste Chance und kostet nicht Umsatz. Du fragst dich, wie du das Potenzial endlich ausschöpfen kannst. Diese Unsicherheit muss nicht sein. Während du dich auf dein Kerngeschäft konzentrierst, können wir im Hintergrund dafür sorgen, dass kein Lead mehr verloren geht. Mit unserem Lead-Alchemistensystem verwandeln wir ungenutzte Leads in eine Verkaufsmaschine. Unser vollständig automatisiertes Follow-up nutzt smarte E-Mails, WhatsApp und KI-Telefonie. Du musst nichts tun, wir erledigen alles für dich. Die Vorteile für dich. Mehr Umsatz ohne Mehraufwand, mindestens 20% Umsatzsteuerung ohne zusätzliches Werbebudget. Automatisierte Prozesse. Konzentriere dich auf dein Business, während wir deine Leads betreuen. Maximale Effizienz, rundum Sorglos-Paket. Erfolge, die für sich sprechen. Gespannt, auch hier wieder die Erfindung der Referenzen. Dann haben wir unseren Umsatz innerhalb weniger Wochen signifikant gesteigert. Die Automatisierung funktioniert reibungslos. Erfolgreicher Coach. Das war natürlich bei Cloud AI ein bisschen schöner. Da war es konkrete Zahlen. Und da gab es die Coach-Dame auch dazu. Unsere ungenutzten Lead sind jetzt eine zuverlässige Einnahmequelle. Hätten wir nie gedacht, dass wir so viel Potenzial ungenutzt zufriedener Dienstleister. Aber schöne Referenz. Wir bieten individuell zugeschnittene Pakete, genau auf deine Bedürfnisse abgestimmt sind. Egal, ob du jetzt gerade erst startest oder ein etabliertes Business führst. Wir haben die passende Lösung für dich. Jetzt handeln und Umsatzpotenziale voll ausschöpfen. Häufig gestellte Fragen. Muss ich technisches Know-how mitbringen? Nein, wir kümmern uns darum. Wie schnell kann ich Ergebnisse sehen? Erst nach Folge, mehr als weniger Wochen. Gibt es versteckte Kosten? Nein, alle Interessen werden transparent gemacht. Also der Text ist grundsätzlich ein guter Text von der reinen Story her. Also das, was hier wenig passiert. Also wir haben jetzt hier natürlich das Problem und wir haben hier die Verstärkung des Problems. Und wir haben hier die Lösung. Das Ganze wird im Prinzip, also diese ganze Kern der Copy, also das wirklich, wir tauchen in die Problemwelt ein, machen die Story daraus, wird hier in zwei Absätzen abgehandelt. Das ist natürlich schon sehr knapp. Das hat Cloud AI erheblich besser gemacht. Also wir haben hier die Absätze, aber wir haben natürlich auch hier viel mehr Content, der das Ganze füttert. Auch die Referenzen, da hat man 35% gestringt, Sarah K., mehr Referenzen, den FAQ-Bereich finde ich sinnvoller bei Cloud AI. Und das Angebot, wie sie es hier gemacht haben, das Paket, hat ChatGPT an der Stelle hier nur gesagt, die Erfolge sprechen für sich, individuell zugeschnittene Pakete. Es hat also nichts erfunden. Kann man jetzt mal so bewerten oder so bewerten. Die Copy hier ist ein Stück weit weniger Sales Copy. Also es ist ein Text, es ist ein guter Werbetext. Es ist ein Stück weit natürlich an ein paar Punkten auch ganz gut geschrieben, aber ehrlicherweise, der catcht mich nicht so. Es gibt weniger Bildsprache, wir haben weniger visuelle Adjektive, wir haben weniger Lesetempo drin. Er ist so, ich will nicht sagen wissenschaftlich, aber er ist schon sehr klar auf dem Thema. Also das würden wahrscheinlich jetzt viele ganz gut finden, aber mich persönlich bewegt er nicht so. Tja, kriegt von mir, ohne dass er jetzt große Fehler hat, aber er hat auch nichts wirklich schön interpretiert und auch nichts emotional geschrieben. Dieser Text kriegt von mir eine 7,5 von 10 möglichen. Damit sind wir auch hier im Test Nummer 2. Bei folgendem Ergebnis. Cloud AI wieder die Nase vorn, auch im Vergleich zu ChatGPT01, was ja gar nicht fürs Copywriting gedacht ist, aber für den heutigen Text haben wir es dafür benutzt. Das heißt, wenn du richtig, richtig geile Sales Copy Texte schreiben willst, Cloud AI 3.5 Sonnet, die aktuell beste Lösung im Markt. Falls dir dieses Video gefallen hat und du vielleicht nochmal den ersten Test sehen willst, verlinke ich dir gerne nochmal hier. Und natürlich haben wir in unserem Kanal noch viele, viele weitere Videos, die für dich spannend sind und dir neue Impulse geben. Wie kriegst du dein Business, dein Marketing aufs nächste Level? Automatisierung, oh 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 oh, alles geht wie von allein, oh 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 oh, Marketingmagie, oh 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 oh, mit Automatisierung so fein.